Hallo zusammen, mein Name ist Katja Rieder und ich möchte euch in diesem Video ein Update zum IT-Talk geben. Der IT-Talk ist ein Ort für Networking und Kommunikation im IT-Bereich. Er wird realisiert von Experten für Experten und richtet sich so an die Entwickler und IT-Begeisterten der Region. Wir möchten uns mit euch über Trends und Innovationen austauschen. Dieser Informations- und Wissensaustausch soll auch in Zeiten von Corona weiter fortgeführt werden. Deswegen haben wir am Technologiestandort Kaiserslautern die Kräfte gebündelt. Insiders Technologies wird in Kooperation mit der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern eine Online-IT-Talk realisieren. Am 28. April wird diese IT-Talk stattfinden und ein Thema aufgreifen, was gerade in der jetzigen Zeit von Relevanz ist. Agiles Arbeiten im Homeoffice. Wir möchten uns mit euch austauschen. Wir möchten euch einige Tools und auch Entwicklungs- und Umsetzungsmöglichkeiten vorstellen, wie Online-Meetings und kreatives Arbeiten im Team online möglich sind. Ihr merkt, es wird spannend. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid am 28. April, wenn es wieder heißt Let's talk about IT!